In den letzten Wochen wurde mir sehr häufig die Frage gestellt, wie sich der Einfamilienhausmarkt in Österreich entwickelt hat bzw. in Zukunft entwickeln wird. Die Zahlen für das erste Halbjahr 2020 zeigen im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang der Verkaufszahlen von 5,4%. Die Preise sind hingegen im selben Zeitraum um spürbare 8,8% gestiegen. Der typische Preis für ein Einfamilienhaus in Österreich liegt aktuell bei 270.655 Euro. Der Hotspot ist der Bezirk Kitzbühel mit einem Durchschnittspreis von über 1,5 Millionen Euro. Die teuerste Landeshauptstadt ist Innsbruck, gefolgt von Salzburg und Wien. Am günstigsten ist es in St. Pölten bzw. in Eisenstadt. Nun, worauf sind diese starken Preissteigerungen zurückzuführen? Einerseits auf die weiterhin sehr gute Nachfrage nach Einfamilienhäusern und andererseits auf das stark rückläufige Angebot. Das Minus beläuft sich im Jahresvergleich auf 23,5%. Im Jahr 2021 rechnen wir aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 mit einem steigenden Angebot an Einfamilienhäusern und weitestgehend stabilen Preisen. Die 560 Remax-Kolleginnen und Kollegen an den 110 Bürostandorten in ganz Österreich stehen Ihnen für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch jederzeit gerne zur Verfügung. Detailinformationen zum Einfamilienhausmarkt in den jeweiligen Bundesländern bzw. in den einzelnen Bezirken finden Sie unter remax.at.